Josef Pieper, Zustimmung zur Welt, Kommentar zu 3,4, Dieter Hartrup liest. 3,4a. Das kultische Fest ist die festlichste Gestalt des Festes. Soll das heißen, es gebe keine weltlichen Feste? Das richtige Verhältnis zwischen einem kultischen und einem weltlichen Fest zu bestimmen, ist nicht so schwer, wie es zunächst aussieht. Wenn wir das Fest, also jedes Fest, als ein Geburtsfest ansehen, wird das Verhältnis bald klar. Jedes Fest feiert das Leben, weil die Geburt zwar in der Natur geschieht, aber nicht von ihr stammt. Der echte Zufall in der Natur verhindert jedes sinnvolle Leben, das sich allein auf die Natur stützt. Nehmen wir zum Beispiel das Schützenfest. Das ist zunächst ein wahrhaft weltliches Fest. Selbst wenn ein Gottesdienst auf dem Festplan steht, geht es bei einem solchen Fest um das Leben auf der Erde. Bürgerschützen gab es in früheren Jahrhunderten, vor allem zum Schutz des Dorfes gegen schweifendes Gesindel, was also der Lebensbewahrung diente. Heute sind Schützenvereine vor allem Orte der Gemeinschaft, des Sportes und der Geselligkeit, was eben auch zum Leben gehört und es fördert. Also ist unsere These vom Fest als einem Geburtsfest auch bei einem Schützenfest haltbar. Es ist die Geburt des Lebens in Geselligkeit, die hier gefeiert wird und mit Dankbarkeit der Gründung vor einigen Jahrzehnten oder manchmal einigen Jahrhunderten gedenkt. Aber die Gefahr aller Feste wird auch hier klar, denn immer können sie in die Party abgleiten. Zu Anfang ist jedes Schützenfest ein echtes Fest, aber am Ende, gegen Abend und in der Nacht, kann dieses Fest schnell die Züge einer Party annehmen, in der sich das Ich im Rausch des Tanzes, des Redens und des Bieres verlieren will. 3.4b Es gibt weltlich aber keine rein profanen Feste. Das Fest ohne Götter ist ein Unbegriff. Deshalb muss jetzt doch von der überweltlichen Dimension des Festes geredet werden, da selbst ein rein weltliches Fest die Ausmaße der Welt überschreitet. Pieper redet hier von den Göttern, deren Sphäre im Fest, in jedem Fest berührt wird. Wie soll man das verstehen? Pieper will hier sicher nicht dem Politeismus den Huf machen, sondern an eine, in jeder Kultur vorhandene Dimension erinnern, die man automatisch berührt, wenn man ein Fest feiert. Da Pieper auf die Naturwissenschaften in seinem Leben nicht viel Acht gehabt hat, ist ihm entgangen, wie wenig alle Wirklichkeit nur Natur ist. In seinem Denken war er wohl ein Dualist. Die Natur hier unten hat ihre Gesetze und die Welt oben hat auch ihre Gesetze. Was haben sie viel miteinander zu tun? Jedem das Seine, wird er sich gedacht haben. Jetzt wieder das Schützenfest. Wer ein solches Fest feiert, ehrt die Götter, weil er im Fest das Leben feiert, das niemals ganz natürlich vorkommt im Kosmos, da es viel zu selten ist in der Natur und eine riesig lange Kette von Zufällen als Geburtshilfe braucht. Wer feiert, ehrt immer die Götter. Das heißt, er anerkennt die transzendente Dimension der Wirklichkeit, da die Natur nicht ohne Transzendenz denkbar ist. Was einfach heißt, nicht alle Wirklichkeit ist Natur. Zwar ehrt auch Pieper das Leben, aber er kann das nicht durch einen Blick auf die Natur tun, was ihm sicher gefallen hätte, da sich das Fest auf solche Weise unabhängig von aller Kultur und Weltanschauung begründen lässt. Pieper war nicht gebunden an das westliche oder das christliche Bild des Festes, sonst hätte er nicht so intensiv die indische und die indianische Festkultur studiert. Seine Morgenlandfahrt nach Indien und Japan tätigte er im Jahr 1962. Im Jahr darauf erschien sein Buch zur Theorie des Festes. In 3,4c, unter den vielen Dingen, welche die Kirche verdorben habe, seien auch die Feste. Nietzsche liefert immer wieder Steilvorlagen für Piepers Beobachtungen, denn Nietzsche ist ein empfindsames Organ für die Lage des Menschen wie kaum jemand sonst. Nietzsche ist zwar nicht klüger als andere Leute, aber er ist ein Augenzeuge. Er sieht, was passiert. Er leidet stellvertretend für die Menschheit, die ihre elende Lage einfach nicht erkennen will. Natürlich, Nietzsche ist nur Augenzeuge, besonders klug muss er deshalb nicht sein. Immer wieder zieht er fatale Schlüsse aus seinen Beobachtungen, aber als Beobachter ist er einzigartig wertvoll und hörenswert. Warum eigentlich hasst Nietzsche die Kirche so sehr? Ich glaube, es wäre ein Kurzschluss zu sagen, er sei eben ein Enkel und ein Sohn, deshalb müsse er sich von seinen Voreltern absetzen, denn diese seien über Jahrhunderte samt und sonders Pfarrer gewesen. In den Familien von Vater und Mutter gab es seit der Reformation eine hohe Anzahl an protestantischen Pfarrern. Das Christliche ist auch bei Nietzsche in jeder Phase seines Lebens zu spüren, nur eben in anderer Gestalt. Er glaubt an das Leben und wirft der Kirche vor, das Leben verdorben zu haben. Das Problem ist, Nietzsche und die Kirche reden nicht vom gleichen Leben. Für die Kirche ist das Leben ein Geschenk. Von Gott gegeben, nur zu einem Teil ist der Mensch von Gott beauftragt, als Schöpfer zu wirken. Macht euch die Erde untertan, dieser Spruch kann zwar gut als Aufforderung gesehen werden, Schöpfer der Welt und Schöpfer seiner selbst zu sein, aber als Mitschöpfer. Und das Mit will Nietzsche gerade vernichten. Das Problem des Menschen ist der ungefragte Eintritt ins Leben. Nietzsche dagegen will gefragt sein. Er will sich selbst den Eintritt in die Welt verschaffen. Das will er dann als blonde Bestie tun, die sich den Platz zum Leben selbst verschafft. Hier sagt die Kirche, nein, das ist kein Leben, wenn ich erst anderes Leben vernichten muss, um selbst leben zu können. Sondern das ist die Hölle auf Erden. Wer hat die besseren Argumente? Nietzsches Feste sind Siegesfeiern und der Besiegte liegt bei ihm als Leiche im Keller. Natürlich hat Nietzsche keine solchen Feste feiern können, dazu war er viel zu krank. Aber er hat doch einigen Leuten ein gutes Gewissen mit ihren Kellern verschafft, die ein paar Jahrzehnte nach ihm gelebt haben. 3, 4d Das Opfer ist die Seele des Festes Auf den ersten Blick ist der Satz verwunderlich, denn das Fest ist doch die Zustimmung von Welt und Dasein. Wieso braucht es da ein Opfer? Ein Opfer ist doch eine Gabe, die der Verfügung des Menschen entzogen wird, indem er es sich selber entzieht. Was hilft die Vernichtung bei der Zustimmung? Aber von der Erscheinung des Festes her hat Pipa recht. Bei allen kultischen Opfern wird eine Pflanze, ein Tier oder früher sogar ein Mensch der Verfügung entzogen und dem göttlichen Bereich übergeben. In indischen Festen kann es eine Lotusblume sein, in indianischen Festen der Azteken kann es ein Mensch sein, dem das Herz herausgeschnitten wird, und in der biblischen Geschichte tritt an die Stelle des Menschen der Widder, den Abraham opfert anstelle seines Sohnes. Man kann natürlich fragen, wie sieht das Opfer aus bei einem Geburtstag oder bei einem Firmenjubiläum oder bei einem Schützenfest? Ich meine, nicht immer ist die Gestalt ganz ausgeprägt. Aber Schützenfeste sind oftmals mit dem Gedenken für die Toten aus den vergangenen Kriegen verbunden. Sie haben das Opfer ihres Lebens gebracht. Wir feiern jetzt unser Leben. Selbst bei einem gewöhnlichen Geburtstag denken wir noch an die Nichtgeborenen, die es aus der Möglichkeit des Lebens nicht in die Wirklichkeit geschafft haben. Ich meine, im Opfer finden wir eine Rückerstattung, einen Geber aller Gaben, als Dank für das Geschenk von Welt und Dasein. Dieses Opfer und dann der Dank sind die nachgeholte Zustimmung zu dem vorträglichen Eintritt ins Leben. Nicht zu vergessen ist das Opfer der Zeit, denn der Raum für den Nutzen, das ist die Zeit. Aber die wird eben im Festen nicht genutzt und so ist diese Verschwendung, die auf den Nutzen verzichtet, immer schon ein Opfer, das Voraussetzung ist für die Zustimmung von Welt und Dasein. 3, 4e Das wahre Fest findet überhaupt nicht hier statt. Es ereignet sich nur scheinbar jetzt und hier, nicht in der Zeit, sondern jenseits ihrer. Wenn Philosophen und Theologen sagen, das Fest sei ein ungehinderter Zugang zum Paradies, so sollten wir das schon ernst nehmen, obwohl unser realistischer Sinn dagegen starke Bedenken anmeldet. Als Symbol lassen wir das Paradies gerne gelten, auch gehen wir mal gerne ins Schlemmerparadies, aber als Realität können wir es doch nicht auffassen, oder? Was wäre der paradiesische Zustand hier auf Erden? Es wäre der Zustand, in dem das Ich sicher ist und keine Sorgen um sich trägt. Ich erinnere an die vielen Aufforderungen Jesu zur Sorglosigkeit. Sie sind ziemlich realistisch gemeint, weil sie nicht Hoffnung für die Zukunft machen, sondern Beschreibungen der Gegenwart sind. Bei Matthäus 6 heißt es, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um all das geht es den Heiden, euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles braucht. Da die Sorge dem Bewusstsein entspringt, kann es auch im Bewusstsein wieder vergehen. Diese Umwandlung zu verbringen, ist dem Menschen allerdings nicht in die Hand gegeben. Sie wird als eine Gnade von oben oder eine Tat Gottes erfahren. Die Theologie tut recht daran, auf der Realität zu bestehen, wie sie auch die Realität in der Eucharistie nicht aufweichen lassen wollte und den Leib und das Blut Christi nicht nur als Symbol für eine künftige oder himmlische Wirklichkeit ansehen wollte. Im Extremfall ist das Paradies gegenwärtig, selbst wenn man gesteinigt wird. In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, heißt es von Stephanus, Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn.